Willkommen zurück bei ARK. Jetzt nur noch mit dem Tobi. Was heißt nur noch? Reicht mir auch, ne Tobi? Profiter. Ja, doch. Wo bist du denn? Ich sammle mich Holz. Okay. Ähm... Der Kevin, der ist nämlich schlafen gegangen und liegt neben am Bett. So machen wir das hier. Wir sind aus harten Holz. Wir schlafen nie bei uns im Bett. So, dann mach ich mal die Fackel an. Die Fackel an. Nach dem dritten Mal. Packe da Stroh rein, weil ich habe nichts anderes. So, und hier... Feuer entzünden. Feuer entzünden. Im Winter ist man. Hier ist Holzkohle nur drinnen. Mist. Fasern gehen nicht, ne? Nee. Beeren kann ich auch nicht dran watschen. Egal. Okay. Äh... Es ist schon wieder dunkel. Jetzt ist die Frage. Können wir auch das Haus weiterbauen oder nicht? Können wir. Können wir. Okay. Dann... Dann, dann, dann. Ich bin unentschlossen. Haben wir denn noch Holz. Mit dem Stroh ein bisschen. Chitin, wir hatten das gefunden. Nun? Aus einem Exoskelett. Chitin, oder? Ja, das sind diese kleinen, weberartigen Viecher, die im Strand manchmal rum. Okay. Insekten im Prinzip. Die Dinger, die ich nie anfassen wollte. Sehr gut. Gut. Dann packen wir das da rein. Und machen Feuer entzünden. Ja, doch. Unser Hauswirt. 24. Du kriegst Schaden. Schon? Ja. Ach, nee. Da hauen rüber. Oh. Hallo. Die Nachbarn sind da. Oh, der ist aber angehauen. Oh. Da vorne ist einer. Das war doch der. Da. Am Camp-Plot. Das war der, den ich vorhin angesprochen habe. Bei uns der? Der Triceratops. Ja. Der arme. Oh man, der tut mir leid. Ich war's nicht. Ich kenn den Mann nicht. So. Dann. Krabbeln wir mal noch ein bisschen auf den Boden rum. Und schauen mal. Okay. So. Hier. Bisschen Holz wieder. Denn wir wollten noch ein Geländer haben für die Veranda. Und. Die Foundations können wir jetzt nicht weitermachen. Oh, was? Was denn? 15. Vom Lagerfeuer lang. Oh. So. Ob der jetzt sauer auf dich ist? Toll bitte die Macht. So. Oh. Aha. Hm. Die Frage ist, was bauen wir denn jetzt? Weil. Heaven kann die Foundations. Oder du jetzt auch. Nee, ne? Nö. 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 Das heißt, wir können das Lager ja nicht weiter bauen. Moment. Wann. Wann. Du könntest natürlich auch lernen. Ich weiß nicht, wie es halt ist, wie viel man lernen kann. Das weiß ich halt auch nicht. Ich denke mir das. Oder ob das einfach nur in den späteren Level vielleicht. Ich glaube, dass du in den späteren Level irgendwann nicht mehr da weiterkommst. Weil das vorne kostet ja nicht sehr viel. Hinteren werden teuer. Denk ich auch. Denk ich auch. Denk ich auch. Äh, dann mache ich noch ein bisschen Geländer. Ich weiß nicht, ob es ein Maximum Level gibt im Spiel. Oh, da unten. Benötigt Level 90. Das letzte. Hm. Aber ich glaube, an den Foundations könnte es jetzt nicht liegen, oder? Ich lerne sie gleich. Wenn wir dort lernen sitzen. Hm? Ich werde kurz Dächer setzen. Du setzt die Dächer? Aber ich habe schon zehn Stück. Aber du setzt die doch noch nicht. Nicht? Warum nicht? Weil wir doch noch einen Stockwerkdruck bauen. Ja, aber wir brauchen noch Dächer, um was drauf zu bauen. Ach, jetzt verstehe ich ja. Ja. Ja, ist okay. Ich würde es komplett zu machen, oder irgendwo auflassen, wo wir dann hochgehen. Hm, ich würde es tatsächlich irgendwo offen lassen für eine Wendeltreppe. Nein, für keine Wendeltreppe. Warum denn nicht? Nee, ich würde aber eins offen lassen für eine Strickleitertreppe. Ein bisschen Kraus hier so rumzustellen. Äh, dann machen wir nochmal Holzwände. Ströme. So. Ach. Trockener Halsch. Ich wollte Licht hier nach. Ja, ich frage mich halt nur, ob wir unsere Hütte anfangen. Wenn wir da jetzt halt Licht reinmachen. Da kommen übrigens... Ich... Nix. Ich sehe nichts. So. Hier noch ein bisschen Strom. Äh, da kommen so zwei Dinger wieder runtergeknödelt. Oder? Da ein weißes und ein grünesches Weißes auf der anderen Seite von der Insel. Hallo? War da jemand? Nein. Ja. Oh, oh. Der ist böse. Oder? Oder ist das der Guter? Welcher? Der da vorne. Das ist eigentlich ein Ducky, oder? Das ist ein guter. Das ist ein Schwimmer. Das ist ein Schwimmer. Guckst du? Ich würde so lachen. Ich habe heute schlechte Laune, heute nicht. Oh, das gelbe ist gut, oder? In der Öffnung, das Feuer entzünden, bitte. Ich gehe mal kurz auf Fisch, ja, weil ich habe Hunger. Oder hast du noch was zu essen? Oh, vier Fleisch habe ich noch. Ja, ich verhungere gerade gleich. Ich kann noch ein bisschen Sparen essen. Genau, das war rein. Ich sehe ja auch keinen Fisch so. Fischi. Haben wir uns zwei reingetan. Danke. Oder halt. Oh, Stuhl hängt. So. Da sind Fische drin, Achtung. Schauen, was der jetzt gemacht hat, der junge Mann. Ah, ja. Wir können auch Schrägen machen, dass wir hier eine Schräge quasi hochgehen. Das ist vielleicht auch ganz gut. So als Ersatztreppe. Was meinst du? Was brauchen wir denn da für? Nicht gelern schräge Holzwand links. Schräge Holzwand rechts. Schräges Holzdach. Holzrampe. Die brauchen wir dann wahrscheinlich, ne? Denk ich mal, ja. Mhm. Benötigt Holzdach. Dein Part. Weiß ist aber ganz schön weit weg. Na, ja. Soll ich schwimmen hier durch das Wasser? Ja, ist ja nicht so schlau. Hm. Vermute ich nicht. So, gerade Fische, aber hier ist. Fischi? Die schlafen alle. Bis Nacht. Alle Fische schlafen. Ich hoffe es. Wir gucken nämlich gerade. Wir haben voll die Sandbank hier vor unserer Hütte. Ist doch schön. Jetzt angreifen wir sowieso tot, weil wir jetzt mit noch mehr. Das ist aber auch nicht wirklich die hellste Idee gewesen. Ach, das war's. So, dann machen wir das hier auch. Hallo, guten Tag, der Herr Nachbar. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Wenn ich heute ankomme, ist es weg. So. Bitte kacken Sie nicht in unseren Vorgarten. Das wäre mir sehr lieb. Du bist lieb. Du bist lieb. Zeit, Giesen, du bist lieb. Du rennst nur durch unsere Fackel. Guten Tag. Tschüss. Nicht mal Kuchen mitgebracht. Da ist ein Fisch. Da ist ein Fisch. Keine Beschützung. Na, ich krieg den Fisch nicht. Braucht eine Angel oder so ein Fischernetz, ob es das gibt? Hm, mal kurz gucken. Da haben wir hier drin. Zündpulver. Lagerfeuer. Großfleisch. Bären. Wasserschlauch. Lederschlauchsack. Die Bären lasse ich jetzt hier drin. Tribute. Na, bis hier. Generiere Brutmutter. Schwer. Verwendet dies, um ein Portal zur Brutmutter zu generieren. Müsli-Wir-70. Okay. Generiere Drache. Hm-hmm. Noch mal das hier. Generiere Brutmutter. Leicht. Portal. Müsli-30. Und den kann ich nicht. Muss man hier wahrscheinlich machen. Dafür braucht man Zähne, Arme, Krallen. Artefakte. Das haben wir alles gar nicht. Nö. Alles genommen. Hm. Metall. Und Feuerstein. Guten Tag, der Nachbar ist wieder hier. Der fühlt sich hier wohl. Wo ich mich hier bin, guck ich mir mal das große Ding da hinten an. Ähm, Metall. Ähm, einmal ein Kompass. Oh, Kristall. Kristalle haben wir noch nicht, ne? Nein. Ich hab jetzt nen Kompass mal gemacht. So, jetzt mach ich mal da hin. Ach, nein. Hab ich gesteckt. Kompass. Ziehen wir mal auf die neuesten. Ähm, oh, oh. Ich seh nur den Schwanz und der ist zackig da unten. Ist vielleicht nicht so gut. Hier ist Triceratops. Okay, also da ist Norden. Da sind wir. Ah, okay. Ja. Hat er mich gesehen? Nein, er hat mich gesehen. Ich gedenke dir im Stillen. Huch. Chris. Vielleicht kannst du wegrennen? Ich kann zwar wegschwimmen, aber hier sind Fische drin. Hm. Die Kleinen machen nix. Das war ein großer. Ja. Kleinen machen nix, hab ich gesagt. Ja. Das war ja nicht so erfolgreich. Warte, gibt nichts. Wertvolles Drimmer. Fischi. Ich hab Hunger. Oh, da ist auch so ein großer Kano. Da auch. Da ist ein Fisch. Na, ob ich den schüttel? Du bist alleine. Guten Tag. Da. Ich muss kurz auftauchen. Mir wird schwummrig schon. Wo ist meine Beute hin? Fisch? Toll. Mein Fisch ist weg. Fisch ist weg. Was doch scheiße. Ich hab den eben erlegt und dann musste ich auftauchen. Jetzt hab ich verloren. Und dies brunt halt nervösen Zeit. Ich hab doch nicht nach zwei Sekunden. Und jetzt ist hier kein Fisch mehr. Oh, warum springt sie denn so? Das war gar nix. Ähm. Hm. Alter, da kommt der Herr und kackt ins Feuer. Ich glaub, es hängt. Drückt er hier voll ein ab? So. Wir hätten noch ein Blumenbeet. Ein Blumenbeet. Da. Holz, Stroh, Stein. Stein. Da ist nichts drin. Können wir die Bären wieder reinschieben. Und bessere Werkzeuge gibt's? Ich hoffe... Oh. Da vorne ist wieder so ein böser Nachbar. Mach den weg, Tobi. Mach den weg. Ich begrüße ihn heute mal nicht. Kannst vergessen. Ah, die Sonne blendet. Guten Tag. Das bist du wieder. Was ist denn hier für eine Versammlung? Als wir kamen, war hier alles frei. Ich will auch nicht zertrampelt werden. Ähm. Stroh und Holz. Wo bist du denn? Ich habe nur Holz und Stroh. Denk dran, die Foundation wartet. Foundation wartet? Wir wollten noch die Foundation bauen. Warte. Wo haben wir auch noch? Holz? Holz und sonst sowas. Damals sind schon Holz und Stroh und... Ja, ja. Für mich. Wollte ein Beet noch bauen. Noch Stroh. Noch 10 Stroh. Da ist ein Flieger. Da ist ein Flieger. Ja. Da ist ein Flieger. so ist nicht was dann holzfundament aus ersten strohfundament ja das habe ich jetzt schon und da ist das fundament die kleinen scheißfiecher gehört wenn wir ihn oder weiterhin auf unser haus zu helfen sind leider tüte die vier oder der langen als viel spaß aber es kann ja nicht sein dass wir hier sieht doch dass da was steht das ist zu niedrig das sieht er nicht ein bisschen ich habe so die befürchtung dass der andere hier bald auftragen wird große ja finde ich so gut geht doch mal weg von unserem haus da ist voll die wanderung hier so da vorne ist der strahl wieder unten da ist da vorne auf der spitze der anderen insel vielleicht aber auch der grüße kannst du ja mache ich gleich da auch einfach mal ab wenn ich ein bisschen schneller unterwegs bin nicht zu futtern der strahl ist weg ich wollte eben hin ich glaube mal ja war jetzt nicht so gut ich habe mich gerade erschreckt Ich hab den direkt neben mir. Finish, finish, finish. Kann er doch nicht machen. Kann er schon. Keine Viehscht da. Also wir bräuchten jetzt nicht nur Dächer von hier, sondern auch so ein Querdach und überhaupt. Achso, ich habe ja ein Tombate. Achso, wir wollten auch noch die Foundation eins weiter nach vorne, ne? Die Foundations brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Foundations vorne hin, äh vorne weg, aber dann haben wir das Lager mit einer kleinen Einkerbung, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Hier gibt es wieder Stroh. Oh, wieder eins, was hat gekackt? Bist du ein großer Fisch? Oh, schon wieder. Ich hab einen Fisch. Wer hat denn dich getötet? Ein Koal? Mich? Ein Kano. Ein Kano. So ein T-Rex-Verschnitt. Kano-Saurus. So, ich habe gedacht, ein Fisch. Von dem Fisch will ich entkommen, bloß dann stammt da der Kano an Langen. Ich glaube, ich bin wieder oben. So, ein großer Fisch gibt es heute. Frisch auf den Tisch. Das gibt es nicht, weil das Feuer nicht fängt. Schon ausgeraubt? Alter! Schon wieder. Du blödes Vieh. Wir werden Veröffnung, dann schieben wir das da raus. Ja. Ich hab eine Steinschleiter. Fisch, 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 Fisch. Neuf. Fleisch geklaut. Und ob ich Fleisch kann zu behalten? Das brauche ich nicht. Das ist Fee. Zeig es dir. Frech. Oh, da kommt Fisch angeschwungen. Fisch. Tobi, ich fühle mich hier langsam, aber sicher sehr einsam. Oh, ich sag mal, da ist Holz für die Fundamente. Oh, da sind ja viele Fische da hinten. Also halt auch nebenbei. Ich hab jetzt Lust, ein Dodo zu zähmen. Mach das. Wir hätten, dass ich das nicht schaffe. Wie geht denn das? Das steigt oder K.O. Ich füttere die einfach an. So. Wird die wohl irgendwie gehen, oder? So viel geht's bestimmt. Die Bären hier. Hä? Ich hab da eben viel mehr Bären genommen, wie... Ich hab da jetzt gesagt, ne? Hab ich... Ja. Schau mal, ob ein Dodo hier irgendwo rumkreischt. Dodo! Dodo, Dodo, Dodo. Dodo, 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 Dodo. Hier nur Schwanz, Achtung! Oh, da hinten ist doch ein kleiner Stinker. Zwei kleine Stinker, die groupen doch. Das seh ich doch von hier. Spontan kein Dodo hier. Du bist der Liebe, ne? Du bist der Liebe? Du bist der Liebe. Wo ist denn der Böse hin? Oh. Da kommt ein Strahl. Ich geh da mal hin. Bedeutet grün, ich kann das schon nehmen, oder bedeutet grün, es ist zu hoch? Ich weiß nicht, der Strahl hier hinten am Wasser, da ist nix drin. Bin ich gerade. Ja, es kommt ja auch erst runter. Ach so. Dann samm ich das ein. Oh. Wie sehr blass du denn? Letztes Mal war im Grund, glaube ich, leider ein 15. Ja, ich glaube auch. Was bist du? Ich weiß es nicht. Ich bin Level 13. Gut, dass wir mit. Ist hier ein Dodo irgendwo? Hallo, Tobi. Hallo. So, aber ich würde sagen, Tobi, was da kommt, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.